Musik Herzlich Willkommen zurück zu FIFA 19 mit mir in dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming und wir stehen im Europa League Viertelfinale gegen den FC Liverpool, wie ihr hier seht aber bevor das Spiel stattfindet, ich weiß ja keiner überhaupt spielen, gehen wir erst dann wieder ins Training, wir tun unsere vorhergehende Einheit, laden und starten einfach mal, das Elfmeter-Duell ist das erste, das hat man ja vor einiger Zeit schon mal gemacht um nicht zu sagen gestern und wir versuchen jetzt einfach mal gut zu sein, ja der war drin, aber wir wollen jetzt ein Ding da erwischen, oh Pfosten, guter Schuss, aber jetzt, jetzt muss ich das Ding, jawohl, so gut getroffen, selbe Spiel nochmal, die Seite die liegt mir irgendwie, also schieß ich am liebsten hin, oh, der Torwart springt aber auch am liebsten hin, deswegen nehmen wir jetzt nochmal zum Abschluss die letzte Seite, drinnen, achso einen haben wir noch, gut, ja doch nochmal die Seite, das muss jetzt sitzen, jawohl, und wir haben uns im A-Rang im Elfmeter, nächste Einheit bitte, Pässeabfang, ja da wollen wir eigentlich immer ganz gut, wenn die mal nicht so fies schießen würden immer, genau das meine ich, ja das ist echt unfies, so jetzt haben wir es, na komm, Ballverliebter da oben, aber es stört uns nicht, wir kriegen den Ball trotzdem, haben einen A-Rang, besser geht's nicht, das war schnell, nächste Einheit, und zwar Eimer-Rennduell, uh, da haben wir Probleme immer, trotzdem, wir laufen ganz gemütlich los, au, faul, alles vorbei, ja, wir sind vorbei, und ab in die Kiste, oh, daneben, huch, oh, schöne Drehung, hier los, lauf, jawohl, daneben, Mensch, wir treffen den Eimer einfach nicht, auf dem Klo treffen wir den Eimer aber immer, jawohl, ist gar mal getroffen, Mensch, lass mich vorbei, da kloppt er den einfach weg, die Sau, aber das liegt uns einfach nicht, aber wir haben zumindest keinen F-Rang, jetzt laufen wir aber schnell vorbei, uh, voll daneben, huch, ein C-Rang, ist okay, dafür dass wir es nicht so ganz gut beherrschen, und jetzt Eimerstopfer, das ist ja ähnlich wie das gerade, dann muss man nicht so viel rennen müssen, zack, der war drin, immer schön in der Mitte, uh, ups, war die Säule getroffen, hoch, müssen wir mal einen Hohenheber machen, und, eiei, eiei, knapp, geht der rein, hoch wird er nicht, sag mal, der wird zu weit, oh, nee, kann sich nur einstellen, nee, das war nicht gut, das kriegt man besser hin, deswegen machen wir da einen neuen Versuch, der war doch gut, so, stell dich mal hierher, und, oh, schön vorbei, wunderbar, und, jawohl, super, gerade so, aber drin ist drin, der hat er da weggedreht, die ganzen Bälle da draußen, jawohl, und, A-Rang, A-Rang, Hammer, da können wir es ein bisschen probieren, so, da ging es gar noch mal rein, ein paar Bonuspunkte, aber A ist A, und damit ab zum Freistoß, das kennen wir ja mittlerweile, zwei, eins, und los, unseren Spieler wiederholen, und, oi, fast das Ding getroffen, gut, na gut, der darf das Tor einfach so treffen, das ist immer mal nicht so, jawohl, ein bisschen weggeknackt, übers Tor, na, im Spiel hat man ja, glaube ich, selber persönlich noch gar keinen Freistoß, weil die Computergegner zu fair spielen, müssen bei Gelegenheit mal gegen, echte spielen, und da mal, die Videoserie draus machen, lässt sich grüppig machen, aber erst dann machen wir noch ein bisschen unsere Karriere, müssen ja gucken, wo wir landen, schnell, komm schnell, wir haben KSA, nicht erst drin, oder nächste, der muss jetzt sitzen, oh, super, das ist doch ein perfekter Freistoß, damit haben wir es geschafft, Ergebnisse ansehen, Training ist am Ende, oder zu Ende, wir steigen ein bisschen auf, wären besser, und hoffentlich hat das dem Trainer auch gefallen, damit wir jetzt gegen Liverpool spielen können, so, weiter, du stehst heute in der Startformation, sehr gut, und warum sind wir schon wieder nicht verbunden, so, jetzt sind wir verbunden, also, jetzt, zu Hause gegen Liverpool, das wird bestimmt ein spannender Krimi, genau, die können Lila spielen, irgendwie passt das, wir tun das ganze Team steuern, wir spielen bei uns, im Sanderson Park, klingt lustig, obwohl das gar nicht so heißt, ja, genug trainiert, und jetzt geht's los, wir sind auf dem Platz, die Fans sind aus dem Häuschen, alles steht bereit, auch unser Jesus, und dann geht's los, wir spielen von links nach rechts, ab geht die Post, guter Pass, ein direkter Schuss, oh, schön flach, aber leider vorbei, von uns, dem Jaro, Abstoß, der geht hoch, an der Mittellinie, der Jaro hat den Ball, spielt gut, eine Flanke, ein Kopfball, oh, also ich würde meinen, Jaro hält den Ball, hängt sich ganz schön ins Spiel, äh, ins Zeug, also legt sich ins Zeug, so rum, hängt sich ins Spiel, ohne schlecht, er hängt sich im Spiel, so, so, jetzt erstmal den Ball, nur Kontrolle bringen, ein weiter Schuss, au, der Torwart hat super gehalten, was ist denn hier los, der Jaro, da wächst über sich hinaus, Ecke, Koffball, und, oh, super Ding, ja, da kann man auch mal schießen, aber hat nichts gebracht, guter Schuss, hat aber leider nichts gebracht, von Corona, so, jetzt Liverpool, die schnuddern einen aus hier, wie, als wäre es nichts, aber wir haben den Ball, klassisch, abgewehrt, ja, fast geklappt, aus, Einwurf für Liverpool, sogar fast abgewehrt, oi, 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 der kommt gar nicht schlecht, aber wir waren wieder dabei, ein langer Ball, sehr schön gespielt, der Schuss noch, oh, gut gehalten vom Torwart, Jaro 85, im Zweikampf, und der Liverpool-Spieler hat den Ball, vor Schreck, weggepennt, weggepennt, würde ich sagen, ui, oi, oi, rasantes Spiel, ui, oi, 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 ne, 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 nicht Liverpool, Abseits, hat aber spät gepfiffen, Ball geht erstmal nach vorne, oh, das war nicht so gut, Laufpass, aber wir haben den Ball nicht mehr bekommen, und geklärt, Einwurf für uns, Versuch, ein schnelles Passspiel aufzubauen, der Schuss, ah, noch ein Schuss, ui, ne, nix da, nix da, im Tor, außer vielleicht ein paar Vätern, Ball klassisch verloren, jetzt Liverpool im Angriff, gut abgewehrt, abgefangt, was er gesagt, oh, oh, nein, nein, und der Schuss, oh, aber unser Torwart, fit, wie eh und je, wer auch immer eh und je ist, kenn ich nicht, und wieder Ecke Liverpool, die A-Kurz ist regelrecht schwarz, und, oh, nein, nein, und die Latte, und der Ball ist doch heiß, ui, oi, oi, der war knapp, und jetzt, wir am Ball, hier, fast eigentlich ein Foul, aber nein, na gut, jetzt wird es interessant, Schiere lässt Vorteil laufen, gut geholt, ein hoher Ball, direkt die Flanke, oh, aber nix, oh, die Fans, rastet regrecht aus, das ist doch nicht unsere Fans, die haben Englisch geredet, oh, nein, 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 oh, wir hatten einen guten Anfang gehabt, oh, jetzt beim Konter, ist der Halbzeitpfiff ertönt, die Fans klatschen, wir hatten gute Chancen, aber es ist nichts geschehen, aber ich glaube, hier gibt es ja auch ein Rückspiel, aber egal, erst mal die zweite Halbzeit, hier steht 0 zu 0, und jetzt gehen wir von rechts nach links, Ah, Fehlpass, nicht gut, hab ich super gesehen, oh, hier, Foul, hallo, nichts, nichts, wie immer, Ah, guter Versuch, aber im Endeffekt ist nichts draus geworden, Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Leverkusen, Leverkusen war letztes Mal. Liverpool, wie sind die? Fängt auch mit L an. Abstoß von unserem Torwart. So. Super abgefangen. Einwurf für Liverpool sicherlich, ne? Ja. Den Ball gerade noch so erwischt. An der Auslinie. Ran. So, Zweikampf geschieht. Gut gemacht. Ein weiterer hoher Ball. Ah, der wird abgefahren. Aber knapp. Ja. Den hier vorne piepeln. Tja. Komisches Passspiel. Ganz schnell. Und wir haben. Abstoß. Freistoß, meine ich. Abstoß. Ja. Gut gemacht. Und die Flanke kommt. Kopfball. Oh. Ganz knappes Ding. Auch Jörg Klopp. Klatscht. Dass wir nicht getroffen haben. So. Kopfball. Hä? Das war, glaube ich, ein bisschen zu schnell gespielt. Ja. Gesehen. Direkter Schuss. Oh. Gar nicht mal schlecht. Sah wieder angehoben aus, aber knapp. Ist ja knapp, ne? So. So. Und hoch. Oh. Oh. Ja, die sind wirklich gleich stark. So wie wir. Oh. Vollend abseits. Jetzt hätte ich ja blinder gesehen. Und wir knallen den Ball erstmal nach vorne. Hier wird er wieder mal abgefangen. Ich sag mal. Es geht. Oh. Ei, 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 ei. Gulaschi. Glanzleistung. Das hätte fast ein Schiff gehen können. Ich habe so gesagt, es wäre fast Schiff gegangen. So. Die werden jetzt verschmunter. Die Liverpooler. Freunde der Nacht. Aber unsere Abwehr funktioniert. Was ich vom Mittelfeld nicht behaupten kann. Oh. Und wieder weg. Die machen jetzt nur noch Druck. Und wir stehen da und gucken zu. So. Guter Pass. Gut direkt weitergespielt. Das ist eine gute Chance für uns. Schuss. Ah. Ich hatte halbe Mannschaft den Weg. Super. Einwurf nochmal. Direkt Flanke. Torwart Faust ist bloß weg. Direkter Schuss. Wer bleibt nicht übrig? Aber der driftet völlig ab. Und da ist das Spiel vorbei. Das Hinspiel gegen den FC Liverpool. Leider nur mit einem 0 zu 0. Wobei wir zugeben müssen, in der zweiten Halbzeit war Liverpool klar die bessere Mannschaft. Aber wir dafür in der ersten Halbzeit. Ist bloß fair. Tja. Wir sind mal gespannt, was das Rückspiel bringt. Wir haben erstmal dann wieder unsere Bundesliga gegen den Tabellenfünften VfL Wolfsburg. Tja. Was steht dort? Ja. Ab 85 profiliert sich zum Freude des Trainers als Spielmacher. Okay. Das klingt gut. Mal gucken, ob er das auch ist. Aber das erst in der nächsten Folge von FIFA 19. Macht's gut. Und tschau tschau. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.